Was ist das Gefühl, mit der Unendlichkeit verbunden zu sein? Es ist auf jeden Fall sehr intensiv und gerade mit Maestro Blomstedt haben wir eine wunderschöne Zeit jetzt gehabt und wir sind alle dankbar, dass wir das machen durften. Wir freuen uns auch sehr, dass wir die Saison 17, 18 hier in Baden-Baden eröffnen dürfen. Wir sind ja sehr, sehr gerne in Baden-Baden. Man spürt hier die Kultur regelrecht und das in Verbindung mit einer so wunderschönen Landschaft und mit kultivierten Menschen. Das ist ein Vergnügen für die Wiener Philharmoniker hierher zu kommen. Dankeschön.